Über ein Thema haben wir kaum gesprochen, wundert mich auch, dass Sie von selbst nicht draufgekommen sind oder es angeschnitten haben. Das Thema Bildung, da hat Matthias Strolz immer sehr viel den Flügel geschlagen. Jetzt gibt es von Ihnen nur die Ferienordnung oder haben Sie neue Vorstöße auch in der Bildung? Also ich glaube, wir sind die Partei, die sich wirklich am meisten um Bildung einsetzt und ich verspreche, dass wir doch weiter passieren. Und das einfach aus der tiefen Überzeugung, dass es darum geht, die Menschen zu ermächtigen, selbst zu ermächtigen, ihr Leben in die Hand zu nehmen, durchaus auch kritisch zu sein und der Welt entgegenzutreten. Es geht uns nicht nur übrigens um Ausbildung für die Wirtschaft, sondern wirklich um ein selbst ermächtigtes Leben. Und ich finde es schade, dass diese Regierung echte Bildungsreformen nicht angeht, das muss man mal klar sagen. Weil die Frage der Deutschklassen wäre für mich übrigens eine klassische Frage, die ich in die Sphäre der Schule legen würde, in die schulautonome Entscheidung. Aber eben genau die Frage, schaffen wir mehr Schulautonomie? Starten wir die Schulen, die es brauchen? Brennburg-Schulen mit vielen Kindern, die nicht gut genug Deutsch können, um dem Unterricht zu folgen, mit mehr Mitteln aus, sodass die wirklich Chancen haben und auch die Lehrer Chancen haben, den Unterricht dort halbwegs zu gestalten? Davon höre ich leider gar nichts. Und das ist eigentlich ein Verbrechen wieder mal an der nächsten Generation, die die Schule verlassen wird und nicht Sinn auf was entlesen kann. Und deshalb verspreche ich, das wird ein Schwerpunkt auf jeden Fall bleiben. Und unsere Vorschläge liegen im Tisch. Schulautonomie, indexbasierte Finanzierung, das heißt da, wo es gebraucht wird, wo wir Kinder haben, die nicht gut genug Deutsch sprechen oder andere Herausforderungen sind, mehr Mittel, vereinfacht gesagt, brauchen wir in diesen Schulen doppelt so viele Lehrkräfte, damit wir auch kleinere Klassen machen können. Das wären ganz wesentliche Ansätze.